Willkommen zurück meine lieben Freunde, hier sind wir wieder beim Let's Play Guild Wars 2 der Flusshofer Allianz mit mir, mit Oli Bei einer Herzaufgabe, die heißt Hälfte der ersten Freistaat, indem ihr Untode bezwingt, Leichen beseitigt und die Straßen sichert Das machen wir, wir haben Level 30 erreicht, meine Freunde Level 30, sehr schön, das heißt wir töten gleich mal ein paar Untode dafür Das ist ein schöner Grund zu feiern Also wecken wir die mal auf Wer nicht mitfeiern will, wird gemeuchelt So lautete schon ein sehr altes Sprichwort Aus dem antiken Aserbaidschan Behaupte ich jetzt mal Kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das so weit Entfernt liegt mit der Wahrheit Auferstandene Raupen Können es kaum glauben Auferstandene Raupen Auferstandene Raupen Grobian Schaut mich ziemlich komisch an Autsch Jo geht das aber nicht, meine Freunde So nicht Nein, wirklich nicht Sehr gut Genauso muss das Da haben wir den nächsten Wo ist das Grobianen 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 Oh, eine Grobianen Können wir schön hier Genderisieren Ist wichtig Haben wir ja schon gelernt Gut Na Dann halt dich zuerst Du Raupe Wenn du es unbedingt willst Wenn du es unbedingt willst Dann wirst du halt gemeuchelt, mein Freund Geh gemeuchelt Und damit hätten wir die Herzaufgabe auch schon geschafft Wir lesen das gute Stück Altpapier Die Untoten mögen vielleicht niemals aufgeben Aber durch euer Eingreifen ist dieses Gemetz leichter zu ertragen Danke für eure Mitwirkungen der Freistadt Wir wissen das sehr zu schätzen Die Beamtin mit der männlichen Stimme Ulva Ich sollte vielleicht doch immer erst auf den Absender schauen Wieder ein Ort zu durchwandern Hier ist Ulva Ja, wobei Das kann auch hinkommen von der Stimme Da war ich vielleicht gar nicht so weit entfernt Ich schau mal Schau Wir haben die trockenen Knochenhandschuhe Haben wir den Skin noch nicht Dann hol ich mir den gleich Die haben wir schon Grubenkämpfer Dingsbumsens Haben wir auch noch nicht Oh Inventar ist voll Dann lasst mal schnell schauen Ob wir gerade was an Ausrüstung haben Was Besser ist als das was wir anhaben Nöp 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 Nicht unbedingt Also minimal Stärker Präzision erhältst du dazu Aber Kraft ist halt weniger Hm 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 Nee das lassen wir mal Würde ich sagen Wie sieht es mit dem Schild aus Da machen wir erst mal einen Waffenwechsel Das Schild Die Kraft aber wieder nicht Und hat kein Siegel drauf Also lassen wir das auch Und hier wird Mit sperriges Was besser sein könnte Fügt Flutung zu Nee auch nicht Gut dann würde ich sagen Zerlegen wir einfach das was wir hier jetzt Alles so angesammelt haben Damit wir das Inventar auch mal wieder freikriegen Zack 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 So Haben wir erst mal was ist das denn Naja So machen wir das Inventar jetzt mal wieder ein Stück frei Die Prinzessin die äh Ist sowieso schon der Account Garderobe hinzugefügt worden Die kann eigentlich weg Verkaufen können wir sie eh nicht Und von daher brauchen wir die auch nicht Das sind einfach bloß Irgendwelche Sachen für eine Quest Die brauchen wir auch nicht Ähm Festmarken brauchen wir Wieso hat die hier eigentlich Ist ja auch egal Ähm Ein Bankgolem hat sie auch Und dann machen wir diese Beutetaschen gleich mal auf Und sortieren uns das alles hin So wie wir das brauchen Oh schön schaut mal an Ne Silber Dublone Gut dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz Und Die hatten wir jetzt Noch nicht genau Dann da fehlt uns noch der Skin Ne bin ich eigentlich auch ziemlich doof Ne hätte ich mir eigentlich gleich Die hier holen können Die hätten wir wenigstens auch Äh Nen Vorteil gebracht Naja Ist ja gut Ist egal Gewehrenfackel brauchen wir nicht Oh Ein Andenkenlöffel Den hab ich noch nicht Das ist nämlich ein Sammelgegenstand Tada Löffelliebhaberin Schon drei Löffel gefunden Von zehn Ein Träumchen Ja gut Dann können wir weiter schauen Was uns so auf unseren Reisen noch Geschehen mag Als erstes geht es mal in Richtung Wegmarke Das kann nie verkehrt sein Und da oben gibt es noch eine Fertigkeitsherausforderung Da muss man hier irgendwo in den Berg rein Genau Jetzt hab ich mal wieder Holz übersehen Das kann ich immer sehr gut Bin ich sozusagen Professor drin Die Spinellskis Werden wir gleich mal Freundlichst hier vorne um die Ecke bringen So ihr könnt aufhören Ich hab euch um die Ecke gebracht Die Musik ist wirklich schön Ich mag sowas ganz gerne Einfach so ein paar Melodien Habe ich meine Freude mit Das hat auch schön so für nebenbei Musik Gerade wenn man so ein bisschen Ich sag mal im Photoshop oder so arbeitet Dann Kopfhörer Das meine ich mit den Mit den Na Krassen Lacks Die kommen halt manchmal dann so unerwartet Ne gerade wenn man so ein bisschen am PC arbeitet Oder Von mir aus Regale abstaubt Abstaubt heißt das abstauben Also abwischt So ne Musik ist da immer total entspannt Hör ich gern Ja Muss ich sagen Da rennen wir jetzt Ungesehen vorbei Dachte ich mir so War nix Schade eigentlich Aber das macht nichts Macht gibt dir so was von recht Mädel Ich denke ich bin Ich denke ich bin und los ja weil man darf hier schnell die fertigkeitsherausforderung machen und dann verkrümeln bevor die spieler ane das ist ja gar keine spinne das ist ja mein kleines haustier ich habe schon angst vor meinem eigenen haustier wo ist mein mut und meine entschlossenheit nur hin ich quassel heute nippes ja aber so ist das nicht genug energie um weiter zu rollen da muss ich nur mehr essen dann geht das von ganz allein spielen gerade wieder so mit 15 frames ungefähr oh man oh man oh man oh man muss ja schnellstens eine lösung finden für das performance problem zurzeit das kannst du ja keinem erzählen wollen wir der späherin mal zuhören das hier ist kriegsgebiet die zentauren greifen die nebo terrasse ständig von westen und norden her an die seraphen haben kaum truppen und nur minimale unterstützung durch götterfels sie können jede hilfe brauchen um diese stürmischen zeiten zu überstehen also wollen wir ihnen doch mal helfen aber erst hacken wir ein wenig erst wird der baum gehackt während der bär dort drüben auf die wiese kackt so eine wake marker sehr schön was von einem kaninchen bewacht wird dies packe ich gleich in meinen rucksack 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 da komme ich nicht hoch ich schleiche mich hier mal durchs grün dann nehmen wir oben noch diese Stadt in beschlag auf ich richtig könnten dach katze es beschäftigt die katze beschäftigt die ganze beschaffte ein medizinkind aus den feldlazaretten in der nähe der nebo terrasse belebt gefallen ist sie raffen auf den blutfeldern wieder beschützt sie über ihre rückkehr ins lazaret dem titel ah jetzt habe ich es weggegeben ne das schauen wir nochmal an manchmal klicke ich zu schnell aber jetzt heißt das mal pssst und anschauen ich rede gar nicht dazwischen nein würde ich nie tun habe ich überhaupt nicht vor nein wirklich nicht jetzt fängt es auch noch an zu regnen wie gut dass ich einen hut auf habe leute ich habe hier den hut auf aber jetzt regnet es ja gar nicht mehr oder ne so die wegmarke ist entdeckt ich freue mich darüber für diese folge machen wir hier ein cut dann geht es aber nächste folge auf den blutfeldern weiter wenn wir die serafen beschützen ich sage wie immer macht euch einen schönen tag und bis dahin auf wiedersehen abonniere abonniere abonniere